hey ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mini spiele wir spielen mal wieder badwars und wir spielen auf cube world auf dem goma hd server mit dabei der onkel poppy und der peter spielt irgendwie schaffe ich es immer zu sterben ich muss gestehen die märche nie gespielt ach also passt doch nicht nur gesehen er und die alle unkündigungen an onkel ollie ankeliere hat er jetzt fällt das wieder von früher und doch die beiden haben das schon mal gemacht bestand der wir haben uns das vorhanden genau dann genau kam da ein hecker und hat sie rübergefleidt die ganze zeit das weiß ich noch und das war von einem der schon mal gemacht in der hau es wurden ich baue mich mal rüber 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 ja da ist schon einer fast drüben ja zwei hochbauen am schluss nein echt greift einer mit dem chat schatt warum schreibt der das geht das hier nicht eh hallo meine maus funktioniert nicht mehr du hättest nur neue batterie reinmachen sollen schon gestern haha stimmt scheiße oder ne maus mit schwänzchen kaufen ich meinte gestern schon mach du mal weiter bitte das geht mir jetzt gehofft ihr einfach für zehn euro eine bei amazon mit einer dingstar schnur das ist voll cool oder bei horten oder bei kaufhof das lustige ist eben hat noch ein zuschauer von mir geschrieben was du hast eine kabellose maus und jetzt ja ich muss zugeben ich hatte selber mal mit meinem laptop eine kabellose maus ja ich finde das geiler aber genau das ist einfach hier bequemer aber eigentlich zeigt ihr auch früh genug an dann leuchtet das hier so dass sie leer ist aber irgendwie leuchtet das nicht das ist ja die erleuchtung ja quasi was war denn das eben nicht unseres ich geh zu daten ne da ist einer runter gesprungen und wieder hoch ja das ist fly wie gesagt oder ein einfacher blöder banaler bug er war ein bisschen am flyen wie was du bist runtergefallen peter habe ich genau gesehen ich dachte ich sage es dir nochmal ich kapiere es einfach erst nach fünf minuten weißt du ja deswegen ja ich weiß ja dass du so ein bisschen schwer bist ich baue dich nur rüber gut dass man die chatten sieht hier oh nein ich wollte es nicht wissen boah was mache ich hier eigentlich gerade wollt ihr mir das mal selber sagen ich weiß nicht was ich hier gerade tue und irgendwas wollte ich doch ansprechen aber ich habe es wieder vergessen nein ich bin wieder runtergefallen oh wir sind gelb ne immer noch was ist das denn für eine man das ist auf die mich mit zwei hits gedatet hat oder ihr könnt ihr die welt gedatet gedatet da langweilt sich der villager hier volle kanone und sagt ganz banal haa stell die sich hier vor mich klar ich habe vorrang achso meinst du weil die kleine bis zu sagen aber ja immer diese kleinen auch keine Besuch noch einen Grün geht ja der andere will auch hier gerade gehen von mir Alter ist es in den Ernst hat es auch wieder nicht mehr alles weg ja das nenne ich doch mal ganz tüftel ich hab nur noch zwei Herzen sehe ich gerade ja ich nur noch fünf Wolltet ihr etwa verprügelt Wolltet ihr etwa verprügelt ja wir haben ein bisschen ins Gesicht bekommen da kommt schon wieder einer wir mussten uns ja vor dich einfach schlagen einfach draufschlagen einfach draufschlagen Christina einfach drauf und wo ist er denn? erst weg äh er ist äh er hat ein bisschen pflegen gelehrt sage ich es mal so du hast wieder abgestaubt Peter war ja klar ja ich hab den auch runtergeboxt hallo abstauber bist ja ein Boxer äh wir kämpfen übrigens noch gegen Grün es wäre vielleicht ein bisschen effektiv in einem roten noch vielleicht ein bisschen Gold snacken würde oder die Grünen einfach mal runterkegelt und mit runterfällt egal 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 ähm ähm eventuell wärs gut ich bin fertig also Alter das gibt's doch gar nicht warum bin ich denn tot? vielleicht weil Plattenleger nicht getötet hat Mensch Oli war ein bisschen tot ja das verstehe ich nicht ich hab schneller geschlagen als der ich bin der ich bin besser ja das soll das ist manchmal irgendwie ein bisschen creepy äh ähm die grünen der Typ der wartet einfach bis ich hier hochkomme ich verarschen du musst eh verlieren was? was? wie bin ich denn runtergeflogen? was? zur Hölle wie du runtergeflogen bist kann ich dir sagen nach unten hehehe nach unten nach unten hat doch der einsame arme rote da bitte gib mir dich nicht bitte nicht runterspringen hey uncle poppy du bist da oben oder ich bin hier unten so äh uncle poppy bist du da oben? ach das ist doch fein also das feiere ich das beobachte ich auf jeden Fall und wer hat auf jeden Fall einen Bogen weil irgendwer hat mich gerade abgeschossen bist du unten? ne ne hm ok dann ist ja noch gut das kenn ich ganz fein äh so dann aber so und so ein vollidiot alter 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 hat gesagt der Typ da hinten hat nen Bogen habt ihr gesehen ja da steht in der Base was hauptsache ich hab mit meiner läppchen Spitzhacke zwei Leute getötet hehehe ich geh was wo denn hey was zur Hölle was ich bin ja gerade so völlig planlos hey ich hab mich ge- wie konnte der mich denn treffen vor allem wie bin ich denn direkt so quer geflogen wo ist denn der vollidiot alter alter der steht hier so ganz komisch in der Mitte in der Mitte in der Mitte of the street ach soo guck mal da oben ist ne Kiste guck mal da oben ist ne Kiste ja da guckt nämlich kaum einer hin deswegen hehehe wie hat der das geschafft von hinten der hat sich von hinten komplett hier drauf ey jetzt muss ich aber mit Action machen hier alle Töten die noch übrig geblieben sind oh no oh oh no oh no hehehe der eine Baut in der Mitte einfach hoch komplett ja das das ist äh bei Salups dabei bisschen ja bisschen das helfen Green auszuschalten hä wie helfen warum helfen ja der ist der rote äh ähm so ich hab den Bogenschützen äh ha ach als ob was ach Peter ist da hinten wieder am Sammeln ja ich brauch ein bisschen noch eins ich dürfte mich halt nicht runterschießen wir haben ja nichts vom Schießen dafür kann man gebannt werden Freundchen er was denn meint er das ist achso ja das ist natürlich klar ne aber wir helfen ihm ja nicht den roten ach nee Götzchen die sind die sind aber süß die sind aber süß üb ein bisschen Phrasen dass wir ja hab ich das Gefühl bin ich auf dieser Map hier voll langsam ja ich auch irgendwie da ist ja da ist ja einer von Green und will sterben von mir na die Nüdelchen was zur Hölle tschüss meins ich geh den roten mal ausschalten Leute der muckt vielleicht ein bisschen auf und plant dazu geschlagen zu werden tschüss ich hoffe es hat euch gefallen lasst uns gerne einen Daumen nach oben da die beiden anderen sind natürlich wie immer unten verlinkt und dann bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss